So nochmal herzlich willkommen zurück zu Let's Berlin for Speed und wir mal suchen uns heute nochmal mit dem Dift hier unten. Ich muss gerade gucken wo hier war. Scheiße! Die Schlangenprüfung, hier war die nämlich ... Die ist der Echsenbiss. Shit! Ah, da wollte ich zu viel. Da wollte ich viel zu viel. Ich hätte ein Feierabend auch mit. Zu hoch, gelbe Vkarten, liebe Leute. Mann, ich wollte die Sitzel, ich hätte die dazu machen müssen, weil ich diese drei. Ja, da wollte ich. Wich war meine Kosten. Wich war die Sitzel, ich wollte sagen. So, ich probiere es nochmal mit dem Wechseln, das sind 70.000, das ist auch mal reichend. Die hatten wir auch schon, aber da wollte ich halt, wie gesagt, den kostet ein bisschen zu viel. So, ich probiere es nochmal mit dem Wechseln. So, ich probiere es nochmal mit dem Wechseln. Ich habe hier den pflichtigen Racer. Ich schnappe ihn auf. Hier wurde gerade eine Verfolgung. Sie haben hier gemeldet. Ihr könnt euch gerne jede Zeit daran beteiligen. Naja. 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 Ich muss gerade gucken, wo der Hafen ist. Ich muss gerade gucken, wo der Hafen ist. Da kriegst du ihn wahrscheinlich weg. So einen habe ich jetzt Papa weg. Ich muss gerade gucken, wo der Hafen ist. Ich muss gerade gucken, wo der Hafen ist. Ich muss gerade gucken, wo der Hafen ist. Kein Abschleppwagen. Ich verliere gerade 30.000 wegen einer Kacke. Ich wundert wirklich, dass dir bei so vielen Unfällen noch nie was passiert ist. Ja, das frage ich mich auch gerade. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann probieren wir es nochmal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.